herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft sky wir sollten auch bei möglichkeit unseren weg vergrößern bitte bitte es will ich schon als diebstahl bezeichnen oh ja ich hab geklaut ich gehe mein zeug wieder neben mir ich glaube ich immer alles ne ich habe nichts gemacht ihr habt nichts gesehen ich habe nichts geklaut natürlich nicht stone gravel holz rafting table wir haben hier eine rafting wie die machen keinen schaden hier oben hier oben hinten und dann etwas schwer zugänglich da oben ja wo bist du denn und dann da hoch haben wir weißen haben wir sogar genau machen wir machen wir machen noch nach viel clay so viele hast oder nicht so viele hast aber einiges ich kann mir verkaufen später boah die insel ist echt riesig bei uns mit den bäumen überall bäume 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 ja ich hab so ein bisschen übertrieben mit dem anbauen nee ist sogar noch zu wenig finde ich ja nee das macht man dann automatisiert etwas kleiner und ich würde auch hier hinten gerne da wo die der wasserbehälter ist dann eine farm auch richtig hier unten also da kann man die bäume ein bisschen weg machen ok also da muss ich jetzt keine neuen setzlinge hinsetzen sage ich mal na doch morgen zombies ich bringe euch alle um so dass kompostiert sich schön was ist das meta quads dann haben wir schneebälle ok nicht geklaut es ist wieder die mob fahren für xp oder was ja und items out zombie wo kommt denn der her ich habe nicht die türen offen gelassen habe ich die offen gelassen ja ja die habe ich gerade aufgemacht weil ich da zombies getötet habe und der kam da kommt nämlich schon der nächste ach der hat echt das tod hier das abhauen hier ey nichts zu sagen ich wollte die türen schon wieder offen lassen super oh da ist ja ganz viel cobblestone da hätte ich ja gar keinen haben wir noch ähm saplings die irgendwo auch 53 das ist ja gar nicht viel doch nur noch zu sehen ja und dann bald labern also wir sollten echt bald aufhören hier ne es ist schon echt viel was wir jetzt machen jetzt wird schon einmal wirklich viel auch ich lehn doch auch immer noch auf also ja ich meine ähm jetzt brauchen wir nur noch cobblestone ich habe zwei wow cobblestone ich habe hier noch haben wir keinen dirt mehr und kein holz haben wir nichts mehr davon äh schwierig holz haben wir nicht dirt haben wir nicht naja holz steht hier drüben ganz viel ich meine haben wir kein dirt mehr aber ob die das denn alles für gebraucht ja ich mach den wieder oh hier ist ein blitz direkt vor der tür jetzt komme ich nicht zur netter insel schmilzt das ding schon ne das ist doch aus oder kann man da ringsrum das ist ja das habe ich gerade mich gefragt du machst doch eine etage höher so zu sagen ja genau ich habe schon rein so wo hast du denn den tollen eimer hast du den irgendwo rein der ist hier drin ach da mit wasser ok gut aber wir müssen erst warten bis es fertig ist da sehe ich ja hier fluid volumen ähm 28 millibar kreuz und das muss 1000 ja 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 du hast gesagt du hast dirt gemacht äh klar ist aber dirt das ist gut so wie viel wie viel äh dings hast du denn eigentlich gemacht wie viel clay wieso ist die immer falsch rum welches falsch rum die tür nein 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 was hat mich gehofft bin tot das blitzding hat mich gehauen die tür ist doch richtig rum wo ist das problem du hast mich mit deiner tür hier rüber gelockt ich geh da lieber weg du schießt dann bist du abgeschossen ich hab dich doch gar nicht rüber gelockt doch du hast gesagt er hat gesagt er hat gesagt er hat gesagt super Achtung blizz attack ja der hat blizz hat mich geschossen ja so muss es aber nicht sein ne definitiv nicht was ist das stone ich brauch kein stone ich will cobblestone ja ich hatte 40 cobblestone oder 30 cobblestone in dem winter ich hab das koppel schon rausgenommen warte vielleicht ich mach mir ein bisschen was dann baue ich schon mal für den koppelgenerator alles danke ja wäre super erstmal holz was greift mich hier an au nausea 2 vom blitz blitz mann 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 gefährlich gefährlich ist es hier ist runtergefallen ich ja ne warum na weil ich es brrrr gemacht hat und du neben mir standest naja du bist da hinten auf der anderen seite komm nicht hier rüber hier sind ein paar bäume ja ich sehs ich versuche halt wirklich eine gute farm hinzubekommen das ist wirklich eine farm die wirklich so 100 blöcke groß ist ist ja doch voll cool naja wir haben halt andere verschiedene prioritäten ne ja wir haben andere prioritäten so kann man es nennen hm manchmal erstmal wieder ein schwert immer noch ein bisschen koppel ich kann es dir gar nicht nach ich würde mir auf welchen machen wieso geht das denn hier nicht rein äh das ist infested wahrscheinlich oder ne oh sapling doch johls ist infested ha ha cool ähm habt ihr mal cobblestone für mich ne ich hab mal nie cobblestone gehabt ne ich hab mal nie cobblestone gehabt zwei stück ja dann mach ich mir selber welchen ja dann mach ich mir selber welchen alright eigentlich wollte ich mir nämlich clay machen wo wo ist denn hier unten ach da ach so und dann brauche ich ja noch Mist für die schmerzerei brauche ich ja noch mehr ne ich brauche doch noch Sand und Last und wie jedes mal dein sapling da setzt ja ich ich baue immer erst ab und dann kriege ich die aber hast du schon eine steinachse oder hast du noch Holz ich hab seit links ja kann ich machen es ist alles in fester das müssen wir mal weg machen dass wir die ja sonst kriegen wir kein werfen mehr hm hier hinten ist der weiße infested hier hinten ist null infested ja dann ich mach mal die die verbindung zur zur alten zum alten ab mach das mal au 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 was schaust mich fuck blitz hat mich abgeschossen ey was für eine Entfernung bist du runter gehauen ne ne glücklicherweise nicht der schießt auch auf euch glaube ich ne auf noch nie geschossen auf mich dann bist du glücklich ja okay er hat schon mal auf mich geschossen also schon klar aber au 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 ich hab hier eine Wand hängen gebaut da wo er nicht mehr schießen und durchschießen kann ist klar soll das etwas besser sein aber gibt es das noch erstes wird ver nicht her Blitz! Direkt vor der Tür. Direkt vor der Tür. Meine ich doch. Er hat mich ja die ganze Zeit auch abgeschossen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, haha. Jum, 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 jum. Meine. Meine Erde. Dafür brauchst du die Erde. Ich brauch die Erde auch. Du machst dann nur Käse damit. Wie? Ich mach damit Käse. Ja. Nee, eher Wurst. Hm? Oh Gott, war das. Leberwurst. Hallo Radio. Okay. Okay. So, der Käse ist wieder getan. Hm. Jetzt langsam reicht es, glaub ich, wirklich mit Bäumen. Ja, hätte ich auch gesagt. Was? Sechs Reihen mit, sieben Reihen mit Bäumen. Guck dir das mal. Ist das alles infestet hier? Nee, das ist die normale. Oi, oi, oi. Hinten fehlt ne Fackel. Hier in der Ecke. Wir können jetzt mal alles, wir können ja alles Zeug drum rum machen und nur die Bäume mal stehen lassen. Da hätt ich mal Bock drauf das zu sehen. Okay. Na, wie mach ich denn die Leaves weg? Ich weiß gar nicht wie das geht. Mit der Schere. Mit der, mit der Kug, ne? Ja, oder mit der Schere. Ich brauch jetzt diese große Mega-Kug. Das kann ich auch. Ich hab' nur mit. Wie ein Festet Leaves können wir nicht da rein tun, ne? Könnten wir? Dankeschön. Was? Du kannst ja eben aus der Webbench... Okay, nehmen sie halt mit. Nehmen sie halt mit. Hä, wie geht denn hier das? Okay, wie die hier raus geht, weiß ich nicht. Okay, vergiss es. Ich weiß nicht wie die geht. Habt ihr noch Erde zum Durchsieben oder Koppelstern? Nee, gar nichts. Für die. Für die. Ja. Was hast du dir gesagt? Wasch vier Stück. Ah, vier Stück? Alter. Die eine. Das ist ja viel zu viel. Überall, das geht überall mit einer. Nur. Einfach eine reinpacken. Hier. Ja, weil das ist halt schon richtig stark. Brrrrrr. Dann kriegst du mit Crafty. Ja, warum, das ist denn so lange? Ich dachte, da ratet man durch. Geht's eigentlich auch. Damit, also du musst die Compressed machen. Ach ne, achso, das geht nur bei den normalen Durchradern. Bei den Infested geht es nur mit dem Ding. So, mach lieber damit, da kriegt man String raus. Wir haben unsere Lava. Yay. Und diesmal auch genug Cobblestone ringsrum machen, ne? Ähm, 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 ähm. Ähm. Äh, egal. Ich mach mal die Tür zu. So, lass kurz das hier. Vielleicht sag mal hier, guck mal kein Tier. Ich? Ich hab keinen. Okay. Der ist vielleicht ungünstig, der Block. Ist egal. Ähm. Ja, komm mal wieder hoch. Du setzt es einfach weit genug hoch. Du kannst auch, sie könnten noch die Lava nachher noch eins höher machen. Ja. Weil das reicht ja auch, wenn es weit genug unten ist. Ja, das letzte Mal hab ich aus Versehen, die Lava kaputt gemacht. Alter. Wie viele Blätter sind das denn hier? Oh. Alter, guck mal nach oben. Das ist ja noch... Viel. Wollt ihr mir helfen? Bitte? Du hast das verbockt. Du hast das verbockt. Ich hab das verbockt. Ich hab da gar nichts verbockt. Was wolltest du, Magix? Magix? Alles okay. Ja, genau. So meine ich das. Ist das... Weil die Lava stürzt sich nicht daran an den Blättern hin, brennt die das nicht an. Werden wir gleich sehen. Das ist bestimmt, glaub ich. Alter Schwede, ist das nur viel. Das sind du uns gegessen. Deswegen zu gucken. Das ist gar nicht klar. Ja, das dauert ne Weile. Woh. 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 Woh, nicht so laut. Was geht? Ich hab mir laupte zu uns. Was gerinkt? Ja, du hast es gesagt, ich habe dich nicht verstanden. Hallo. Was ihr hier baut? Ähm, komm mit. Ich zeig dir mal was. Und wieder die Tür offen gelassen. Weil er doch noch nichts hinzuhören kam. So, schau mal her. Dann trotzdem. Wir bauen hier so ein bisschen an Bäumen. Ein bisschen halt, ne? Ähm, das hier vorne. Das hier, wo du da auch mal sowas? Könntest du den Boost bei dir rausnehmen? Äh, das ist ein Sieve. Kannst einfach in Not Enough Items eingeben. Ich wollte dich nicht schlagen. Ich wollte eigentlich auf dich zeigen. Ist okay. Weil du übersteuerst die ganze Zeit so heftig. Habe ich das gesagt? Du übersteuerst immer so heftig. Ach, du hast nicht gemalt. Ich meine Labtricks. Wie kann ich machen, dass ich es nicht so übersteuere? Geh mal auf Punkt. Ja. Und dann gucken wir, ob bei Boost irgendwas da drin steht. So, besser? Ja, auch viel besser, danke. Danke, ja, danke. Ach, jetzt ist gut. Okay, na dann, danke. Kriegst ein Sternchen. Viel Spaß beim Wattabauen. Jo, gleichfalls. Warte mal, warte mal, warte mal. Bist du eigentlich am Livestream oder bist du am Aufnehmen? Ich habe jetzt die ganze Zeit aufgenommen, zwei Stunden. Das reicht erst mal. Ach so, ja, ich habe auch seit dem Wiestrat nehmen wir auch nicht mehr auf. Ja, ich nehme ein bisschen auf, aber nur, ob wir dann was verwerten können. Ich warte jetzt die zwei Stunden da zusammen, was ich habe, und dann mal schauen, was du rauskommst. Genau. Na ja, ciao. Ja, ciao. Ciao, ciao, viel Spaß. Ciao. 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 Ciao.